HOMAG City präsentiert die Kantenanleihmaschine HIFLEX 1650 von Brandt. Geschäftsführer Christian Schürrle, drei Neuheiten bieten Sie mit der HIFLEX 1650. Welche sind denn das? Ja genau richtig. Erstens ist es der Power-Touch, der modern, einfach und bedienfreundlich ist. Als zweites haben wir ein Air-Tag-Verfahren auf der Maschine, wo wir für die funktionsbeschichteten Kanten handwerksgerechte Lösungen anbieten, die wirtschaftlich sind. Und als letztes Highlight, als drittens haben wir eine Mehrstufentechnik, die sehr interessant für unsere Kunden sind. Kurz nachgefragt, Mehrstufentechnik, was ist das Besondere daran? Das Besondere sind drei Profile in einem, das heißt verschiedene Radien, Phase- oder Planstufen in einer hohen Variant, Vielfältigkeit für den Kunden, also spezifisch auf den Kundenwunsch angepasst. Diesen Trend der 1,3er-Kante zum Beispiel sind wir gefolgt und haben eine optimale Lösung geschaffen. Also drei Profile in einem Werkzeug, die Highflex 1650 von Brands bei Homework City.